Man bin ich behindert letzte Runde gewesen Hey, meine lieben Chibi, willkommen zu einer Folge von Microsoft Endgaps Challenges Diesmal mit einer kleinen Challenge von, äh, Das Urgestein Und er hat geschrieben, die, äh, der, das Challenge Also, da fahre einfach mal gar nichts drin, Alter Wir dürfen, ähm, nur Sachen benutzen, die mit der oder das anfangen Die dann Artikel der oder das besitzen Alles, was mit die anfängt Zum Beispiel, was fällt mir jetzt ein, die Karotte Ähm, das dürfen wir einfach in der ganzen Runde nicht benutzen Und ich denke, das ist einfach so eine Challenge, die einfach richtig Ja, zum Nachdenken kann man nicht sagen Aber sie wird halt kompliziert Also ich muss mir jetzt richtig Gedanken machen, was ich benutzen darf und was nicht Das ist eigentlich schon alles Also, ähm, alles, was mit der das anfängt Darf ich benutzen, zum Beispiel, äh, das Dierschwert Oder der Reggie-Tracker, der das Beispiel gebracht Und da die letzten EG-Runden echt nicht so geil waren Also, ähm, die Vegan-Challenge hat uns ja, ja, fast alles gekostet Und dann kam da schon Redstone-Kid, was ich vorstellen wollte Das war ja noch cooler Äh, deswegen möchte ich heute mal wieder gewinnen Jetzt warte mal kurz Die Lava, ja gut, kann ich schon mal Ob wir, aber der Lava-Eimer eigentlich Komm, wir benutzen sie einfach mal nicht Einfach, weil ich wirklich nett bin, okay Da könnte ich auch eigentlich ein bisschen tricksen, ne Okay, wir haben jetzt das Holzschwert, das dürfen wir einfach mal benutzen Äh, der Fisch dürfen wir auch benutzen Und der Kompass dürfen wir auch benutzen, gut So, jetzt ist da erstmal so ein Typ, der jetzt gleich Enterhaken So wie er sich da benimmt mit seiner Angel Wir sind übrigens Delfin, das heißt, wenn er jetzt gleich da reinspringt, dann Haben wir den Und Bam So, das Eisen passt Die Kartoffel darf ich nicht benutzen Der Pumpkin Pie darf ich benutzen Der Das Wasser darf ich benutzen Okay Die Karotte darf ich nicht benutzen Aber der Kürbiskuchen schon dafür, okay Äh, Essen, da sehe ich, habe ich gerade ein bisschen ein Problem Also da nehmen wir auch kurz mal noch das hier mit Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zum nächsten Spieler Der verbirgt sich nämlich da Hinten Und wenn er jetzt noch ins Wasser reingeht, dann Haben wir da eigentlich so gut wie Wobei, wir sind eh gepornt worden Das heißt, wir ziehen hier kurz Die Lederschuhe Fuck, ich darf ja nicht mal die Lederschuhe verwenden, Alter Was ist das denn für ein Scheiß Der Brustharnisch, den darf ich verwenden, okay Äh, das mit Lederschuhen tut mir gerade leid Das, äh, habe ich gerade ein bisschen verpeilt Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Okay, da ist jetzt der Typ da Dann holen wir uns einfach mal Zack Bam Da kommt auch gleich der nächste Aber der Bogen, den darf ich also benutzen Was zum Wo ist das Wasser? Ich will das Wasser Scheiße, ist aber so, was ich benutzen kann Ja, Eisen, 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 Eisen Äh, okay, weg, weg, weg Okay, okay, okay Das Brot, das heißt, das darf ich benutzen Ich muss ja die ganze Zeit meine Artikel hier vor sagen, Mann So, einmal eine Crafting Table Die Hose, fuck, darf ich nicht verwenden Aber ich kann mir zumindest hier Das hier machen Und einen Helm Weil das ist ja auch der Helm So Okay, damit hätten wir schon mal Die fast bestmögliche Rüstung, die wir benutzen können Jetzt würde ich mir ganz gerne noch ein Dierenschwert machen Okay, nice Ist schon mal ziemlich, ziemlich besser Und dann machen wir noch Brot Weil da habe ich dann auch ein bisschen Food An sich ist die Schwierigkeit der Challenge eigentlich nur Dass ich alles langsamer mache Ich muss bei jedem Scheiß einfach nachdenken Ja, wie heißt das jetzt? Darf ich das jetzt benutzen? Äh, übrigens das heißt ja die Crafting Table Streng genommen Aber, Leute Ohne Crafting Table, da geht nichts Deswegen denke ich mal Die Crafting Table ist eine Ausnahme Soll ich ansonsten noch Fehler drin haben Weiß mich da gerne mal drauf hin Ich beachte bestimmt nicht alles, was ich da mache So Jetzt Zack Zack Komm schon Ah, okay Wenn ins Wasser geht Komm, geht ins Wasser Komm, komm, komm Und Ach du Schei Ach du Scheiße Der war Schinken Ich dachte schon Warum hast du so ein Damage rausgehauen Okay, da sind jetzt noch Pfeile Ich darf ja Darf ich jetzt Pfeile benutzen? Weil das sind ja die Pfeile Aber es ist der Bogen Der Gold Apfel Das geht auf jeden Fall klar Also die Challenge hat ein paar Lücken Ach du heilige Scheiße So, erstmal ganz schnell weg Und dann Ich würde sagen Ich darf die Pfeile benutzen Weil ich benutze ja den Bogen Aber die Pfeile an sich Also diese Spam Darf ich dann nicht benutzen So, jetzt machen wir uns hier kurz noch Einmal ein Harmisch Das Problem ist ja bei der Ultra-Kack-Rüstung einfach, ne Ähm Aber ich komme halt nicht darum Ich kann mir einfach nichts Besseres machen Das ist, das Oh, Moment Ich habe einen Schaden in den Schwer So Das fuckt einfach mega ab Weil ich Ich gehe ins Finale mit so einer Rüstung Das ist halt echt nicht gut Vor allem Ich könnte mir einfach wieder Bessere Rüstung machen, ey Also Wo ich den Challenge gelesen habe Ich habe mir so Ja, das geht schon Aber ich habe jetzt echt nicht an die Rüstung gedacht Muss ich Um ehrlich zu sein So, was machst du da hinten jetzt? Nutella-EG Du willst anscheinend nicht, dass ich dich kill Aber das, äh Müssen wir trotzdem leider machen Das tut mir jetzt echt leid So, wir gehen mal kurz Hin zu dir Und dann Es tut mir Ich Ach, komm Nutella-EG Komm Ich habe Ich habe Oh Ich habe nicht gewusst, dass das Finale ist Und Nutella-EG Ich habe dir doch gesagt Das Ding, äh Ich dachte, es wäre ein Ehre mal, Alter Okay Ich meinte jetzt Ich habe mal, äh Hier Ähm Gesagt Im Finale könnt ihr Screen machen mit mir Wenn ihr mich fragt Das stimmt auch, Leute Aber Ich habe einfach nicht gewerkt, das Finale Das tut mir jetzt echt leid Aber ich glaube, ihr habt es auch in meinem Blick gesehen Dass ich, wo ich gewohnt habe, einfach so Aha, war So, Leute Willkommen in der nächsten Runde Mir ist es mich gerade aufgefallen Ich habe die Challenge doch nicht geschafft Einfach aus einem simplen Grund Moment Der Schneeball Das heißt, das darf ich ja machen Einfach aus dem Grund, ähm Ja, ihr seht ja Ich habe da sechs Diamanten Und ich habe mir da letztes Mal daraus Was echt cooles gemacht Ich glaube, ein Brustpanzer Aber Also ich habe sechs Diamanten Aber es sind ja die Diamanten Das heißt, ich darf mir nichts daraus craften Ich darf es nur nehmen, wenn ich es bekommen Und es ein der oder das hat Die Challenge echt viel komplizierter, als ich gedacht habe Naja Haben wir in der letzten Runde wohl doch nicht bestanden Aber macht ja nichts Deswegen machen wir jetzt eben hier noch eine Runde So, jetzt machen wir uns eben noch kurz Einen Helm Das Feuerzeug geht klar Und Die Goldäpfel Ne, der Goldäpfel Okay, der Goldäpfel Okay, nur Singular bilden Cube, kannst Sei nicht dumm Der Diamant Och, bin ich behindert, Alter Das darf ich ja dann trotzdem benutzen Dann habe ich es ja trotzdem geschafft Och Gott, bin ich Ja, schieß mich gleich Okay, dann haben wir jetzt eine Runde ja wohl doch geschafft Okay, das ist way Dann haben wir halt trotzdem mal so noch eine Runde dran Ist immer noch der Diamant Och Gott, bin ich behindert, Alter Aber weil ich jetzt so dumm war Und einfach dachte Die Diamanten ist gegen die Regeln Obwohl es der Diamant ist Wie kommt jetzt noch eine Runde? Ist doch toll, oder? Ja Der Heilungsdrank Ich dachte auch vorhin die Heilungsdränke Aber oh, boah Gott Also manchmal stehe ich echt schon krass auf der Leitung So, da hinten ist gerade einer Da würde ich sagen, den holen wir uns kurz Genauso wie der Pfeil Mann, bin ich behindert, letzte Runde gewesen So, dann killen wir jetzt eben kurz Dich So, zack Einmal hier Einen Poisondrank reingeworfen Und dann hinterher und Boom Nice Okay, jetzt meinte einer Er muss hier mit mir rumbatteln Aber Das ist eine Äußerst schlechte Idee, mein Freund So Einen anderen kriege ich auch noch, ne? Hier, ich glaube es war Olymp Äh War es Olymp oder was? Oika Wapas Ich weiß nicht, auf jeden Fall Ein von euch beiden Bisschen, weil ich kriege mich beide noch, Leute Ich mach ja noch zwei Kills, die Runde Keine Sorge Äh, was ist denn da ein bisschen drin? Okay Ich bräuchte mal, ähm Hier, wie heißt's? Ich bräuchte mal eine Crafting Table Ah, guck mal hier, wie gerufen So Dann machen wir uns nämlich erstmal Einen besseren Brustpanzer Das ist schon mal ganz gut Sind jetzt Schuhe eigentlich dann erlaubt? Weil es ist ja der Schuh Aber im Grunde genommen ziehe ich ja zwei Schuhe an Moment, noch einer Was haben wir da ein bisschen? Wir haben einen Rengi-Trag Den, glaube ich, werde ich mir auch direkt Geben bei dir Und dann Och du Kacke Was bist du denn? Du bist wahrscheinlich ein Känguru, ne? Ja, du bist ein Känguru Du bist sowas von Känguru Du bist genauso sicher ein Känguru wie Oh Gott Oh Gott Oh Gott Lass ihn, lass ihn nicht treffen Oh nein Oh mein Gott So, jetzt bist du in meinem Gebiss Gott Oh Gott Ich habe einfach eine Chance gegen das Oh mein Gott Ich ziehe gerade ungeheuer mit dem Bogen, Mann Komm schon Du bekommst mir hier nicht Ja Ich kriege dich, mein Freund Ich kriege dich Würde ich so gerne Enderpan benutzen dürfen, ne? Wieso darf ich das nicht? Aber wenigstens habe ich hier eben kurz diesen Vorteil mit dem Speedboost Und jetzt Komm, 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 komm Ich muss noch lange genug rankommen Dann kriegst du jetzt gleich richtig arg Schläge In die Fresse Komm, 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 komm Eigentlich jetzt ich verdiene, eigentlich jetzt ich verdiene zu gewinnen, ne? Einfach nur Ja War klar Ich habe so viel besser getroffen und alles, ne? Und so viel besser gebettelt, ey Aber er hat seinen Bogen ja auch irgendwie upgraden müssen Naja Trotzdem haben wir die Challenge der letzte Runde eigentlich geschafft Das heißt, das war jetzt eigentlich bloß eine Bonusrunde Deswegen, ja Falls es euch trotzdem gefallen hat Mit der bestandenen Challenge hier Lass mal ein Like da Soll ich irgendein Item übersehen haben Und einen Fehler begangen haben Schreibt es mal in die Kommentare Ansonsten würde ich mich gerne über weitere Challenges freuen Und dann würde ich sagen Der Abspann ist jetzt eingeblendet Und da geht es dann Hier, warum ist ja alles schwarz Da geht es dann Zu der letzten IG Challenge Oder zum gestrigen Video Finde ich auch mal ein kleines FAQ Ansonsten würde ich sagen Sehen wir uns dann morgen wieder Bis dahin Ciao Mein lieben Qubis